Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr seht, spielen wir heute Minecraft. Es ist ein Test. Ich habe keinen Plan, ob das funktioniert. Dieses Video werde ich auch mit Sicherheit nicht schneiden. Ich habe noch keine App dafür. Und ja, ich würde mal sagen, legen wir mal los. Wir spielen auf dem HiPixel Server. Und ja, ihr müsst wissen, ich bin schlecht in Minecraft, gerade was am PC angeht. PC spiele ich gerade seit drei Tagen. Und ja, ich würde mal sagen, lass einfach mal eine Runde Mörder, Skywars, Badwars. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was es so alles gibt. Lass mal Badwars machen. Ja, okay. Wie mache ich denn das? Also wie gesagt, ich habe das wirklich noch nie gemacht. Also ich habe schon mit Freunden gespielt. Da hat es eigentlich funktioniert. Ja, also warte, was muss ich jetzt tun? Äh, Solo. Ja, Badwars Solo. Das will ich. So, okay, Lobby. Oh mein Gott, ich hoffe, man hört meine Stimme. Ich habe bis jetzt zweimal schon versucht, es aufzunehmen. Also Minecraft hat bis jetzt aber nie geklappt. Und ja, würde ich jetzt mal gerne gucken, ob das jetzt funktioniert. Ob man mich hört oder ob man mich nicht hört. Und ob man Musik hört, weil das ist auch wichtig. Und ja, dann geht es jetzt los. Okay, bitte kurz vorweg, verurteilt mich nicht. Ich bin richtig reudig in dem Game. Und ja, so okay, ähm, wollen wir erstmal. Erstmal die Sticks wegmachen. So, okay. Ah, bitte einbauen. So. Okay, was jetzt? Jetzt wieder Sachen holen. Und dann rüber zur Mitte würde ich sagen. Oder Mitte? Ja, das ist jetzt auf jeden Fall was. Komm, aber kurz ein bisschen Ausrüstung holen. Und dann rüber zur Mitte. Anna? Hast du nicht so laut? Ich bin grad was versuchen, mal aufzunehmen. So, meine Schwester ist grad im Nebenzimmer. Und ich sollte mir noch Blöcke holen. So, hier. So, okay. Oder soll ich jetzt gelb fertig machen? Das fällt auf. Das fällt auf. So, okay. Jetzt seht ihr die besten Rüberbaukünste, die es gibt in Minecraft. Es ist so schwierig, die Sneak-Taste gedrückt zu halten. Ihr müsst wissen, ich spiele ansonsten nur auf der Konsole. Also, Xbox. Minecraft. Und da muss man Sneak nicht gedrückt halten. So, Smaragd. Kannst du kommen? Uuuuuh. Das braucht ja noch ewig. So, ich bin grün. Ah, da ist gelb. Komm, lass das wohl. Ich gleich mich zu sein Gelb vorbei. Oder, hä? War das gelb überhaupt? Ah, scheiße. Ähm, na gut. Ah, schon vier Minuten. Ich wollte eigentlich nur fünf Minuten Videos machen. Egal. Dann wird das Video leider ein bisschen länger. Tut mir leid dafür. Wie gesagt, die nächsten Videos werde ich versuchen zu schneiden. Okay, ja. Ja, das ist super. Also, wirklich Leute, hier habt ihr gesehen, ich bin einfach der beste Minecraft-Spieler EU-West. So, wie mache ich das jetzt am besten mit rüber bauen? Ich baue blau bar? Bauplan? Ne. Ich baue mich zu. Blau rüber. Ups. Äh. Ja, mach doch. Und, bin drüben. Ups. Falscher Block. Scheiße. Komm, 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 komm. Ach, come on. Blau. Ich habe dein Bett kaputt gemacht. Du bist tot. Ja, Moment. Wenn du einfach nicht verstehst. Oh, ich bin tot. Egal. Ich habe blaues Bett gestört. Das macht mich schon mal glücklich. So, okay. Da bin ich wieder. Dann nehme ich mal hier. TNT. Also, Feuerbälle. Kann nur eins nehmen. Schade. Nein! Wer war das? Och, gelb. Ich habe dich extra in Frieden gelassen. Ich habe dich extra in Frieden gelassen. Ja, bist du ruhig. So, okay. Dann nehme ich am besten erstmal ein Eisenschwert. Und... Wie heißt die Röstung nochmal? Äh, Kettenrostung. So, okay. Das war natürlich ein bisschen zu hoch. Ich war gestern, dass die keinen Bogen fliegen. Deshalb... Ich schaffe dich dabei raus. Ich rede zu leise und man versteht kein einziges Wort von dem, was ich sage. Ja! Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Ähm... Ja, was mache ich jetzt am besten? Ich habe keinen Schimmer. Ich bin ehrlich, ich habe wirklich keinerlei Schimmer. Äh... Am besten Rüstung upgraden. So, Rüstung wurde upgradet. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die Mitte. Äh... Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal ein bisschen, ähm... Smaracte zu farmen. Wäre auf jeden Fall ganz gut. Drei Smaracte. Gar nicht, drei schon was anfangen. Ich weiß... Oh Gott, nein. Da kommt gelb. Hiiii! Oh ne, warte, das hast du. Okay, wir haben, dass ich runter springe, damit er mich eliminieren kann. Wo ist er? Oh nein, 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 nein! Oh nein, hinter mir! Nein! Ich habe es leider nicht geschafft! Okay, wie kommt man hier wieder zurück? Ah... Okay. Das Video... Tatsächlich acht Minuten, doch. Ich dachte, es wird länger gehen. Na gut. Ich weiß, es ist jetzt keine so großartige Runde gewesen. Ich... Bin ja auch nur am testen, ob wirklich alles funktioniert. Es ist was anderes, wie wenn man Mobile Games aufnimmt. Und ja... Deshalb würde ich mal sagen, war es das mal mit diesem kleinen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde da mal sagen, sieht man sich und tschüssi! Und...